Zu Animal Care Austria bin ich das erste Mal gestoßen, als ich mich mit meiner Freundin dazu entschieden habe, einen Hund zu adoptieren. Auf der Homepage sind wir dann fündig geworden. Wir haben unseren Hund gefunden, sind nach Umgang gefahren, haben ihn adoptiert und leben seitdem glücklich zusammen. Aber wir wollten noch weiter im Tierschutz tätig sein. Wir wollten einfach den Verein unterstützen und so sind wir mit Carol Byers zusammengekommen und arbeiten seitdem mit ihr zusammen. Also mein Tierschutzmotto denke ich, jeder kennt es, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Und jeder der einmal einen Hund adoptiert hat, kann das bestimmt bestätigen. Es ist einfach, jeder der einmal einen Hund adoptiert hat, möchte einfach immer mit einem Hund zusammenleben. Und besonders Hunde aus dem Tierschutz finde ich unterstützenswürdig, da sie einfach so viel Liebe zurückzugeben haben, so viel Dankbarkeit zurückzugeben haben. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich umzusehen, welcher Hund natürlich zu ihm passt und einem Hund ein neues Zuhause schenken. Ich glaube, dass jeder einzelne einfach durch kleine Aktionen viel bewegen kann. Natürlich ist es immer wichtig, Sachspenden, Geld ist natürlich immer ein wichtiges Thema im Tierschutz. Aber wenn wir zum Beispiel auf unsere Care Day sehen, dort fährt man hin und durch kleine Aktionen kann man den Hunden so viel geben. Man geht mit ihnen spazieren, man schenkt ihnen die Zuwendung, die sie oft nicht erhalten haben, durch Streicheln, durch Gasse gehen. Und das sind einfach Dinge, die jeder den Hunden durch wenig Aufwand viel bewegen kann. Ich denke, das Besondere an Animal Care Austria ist dieses professionelle Auftreten. Wenn man schon allein auf die Homepage zieht, es ist einfach alles sehr geordnet, sehr professionell aufbereitet, die Informationen liegen offen. Und diese Tatsache zieht sich auch durch den ganzen Verein, diese Professionalität, dieses effiziente Arbeiten. Und durch das bin ich von Anfang an von Animal Care Austria überzeugt gewesen und hoffe, dass wir auch weiterhin so gute Arbeit leisten können.